Ich präsentiere heute mein Audi Q3 mit S-Line Ausstattung in dunkelgrau Metallic 1,5 TSI mit großem Panoramaschiebedach, Alufelgen, abgedunkelten Scheiben hinten Achtfach bereift, die Winterreifen sind im Kofferraum, Butterplage ist natürlich auch vorhanden, die Beschriftung wird noch entfernt. Großes Navigationssystem sowohl in der Tachoeinheit als auch in der Mittelkonsole mit Automatik, zwei Schlüssel, alles vorhanden. Leichte Gebrauchspuren gibt es, aber sonst in einem sehr guten Zustand.